Ich hatte einen Tisch reserviert! Ich habe ihn in den Tisch am Fenster freigehalten! Feuchten Sie zuerst einen Aparete! Beachten Sie bei Aparete! Mit auf dem Französisch leichten Tiff ein gutural verschlissenes Töff! Zuerst nehmen meine Frau und ich den bunten Frühlingsrad! Dann auch den Zantel und das Lärm! Heuchten Sie das Fleisch flotig? Nein! Tod! Darf ich Sie nach dem Restaurantbesuch noch auf einen Stadtrundgang begrüßen? Was regeln Sie denn da, Sie Gipfel? Es denke, Sie sind Kehr! Nein, ich bin Führer! Beachten Sie, das Wort Führer könnte im Führerdeutschen ohne den Zusatz Fremden zu unschönen Reaktionen Ihres Gesprächspartners führen! Danke schön!